Das klassische Machine Learning macht sich die Idee zunutze, Wörter in Vektoren zu übertragen und dann mit ihnen zu rechnen. Typischerweise werden die Wörter dabei nicht in ihrer Reihenfolge benutzt, sondern einfach zusammengewürfelt. Und Wörter in Vektoren übertragen, das funktioniert zum Beispiel so, dass ich mir eine Anzahl Wikipedia-Artikel hernehme und jeder dieser Artikel ist eine Dimension in so einem großen Vektor und dann nehme ich zum Beispiel ein Wort wie Maus und dann zähle ich einfach, wie oft kommt Maus in dem jeweiligen Dokument vor, schreibe die Zahl da rein und mache dasselbe zum Beispiel für Katze und schreibe die Zahl da rein. Und dann werde ich sehen, in bestimmten Dokumenten kommen Maus und Katze gleich häufig vor und in anderen Dokumenten, wenn es zum Beispiel um Computertechnik geht, kommt nur Maus vor. Und so repräsentieren dann diese Vektoren auf eine ganz grobe Art und Weise die Bedeutung von Katze und Maus eben über ihr Vorkommen in diesen Dokumenten. Und mit dieser Technik, auch TF-IDF, Term Frequency, Inverse Document Frequency genannt, konnte man dann die ersten Suchmaschinen implementieren, man konnte Textähnlichkeiten ausrechnen und andere erste Schritte machen hin zu der Sprachtechnologie, wie wir sie heute kennen. Das Ganze funktioniert mit relativ wenigen Daten, ist noch einigermaßen kontrollierbar, denn man kann sich diese Vektoren noch ganz gut als Mensch angucken und kann, wenn was schiefgelaufen ist, noch da reinschauen. Die Skalierbarkeit ist mittelmäßig, also zum Beispiel Wortreihenfolge wird nicht erkannt, alternative Formulierungen wie Doktor und Arzt führen dann eben möglicherweise doch zu verschiedenen Vektoren und eben auch die Reihenfolge der Wörter wird nicht benutzt, das heißt sowas wie Verneinung, Negation, Modalitäten, könnte, müsste, dürfte, sowas fällt dann typischerweise unter den Tisch, aber das war quasi die klassische Generation des Machine Learnings, die so die ersten 10, 15 Jahre bestritten hat.